Herzlich Willkommen auch in dieser Woche bei Aktien im Fokus mit Free Stocks und Fit for Finanzen. Mein Name ist Andreas Bernstein. Wir sprechen heute zum Start der Berichtssaison über die größte US-Bank tatsächlich mit dem Roland Jägen nach dem Intro. Sie können sich bestimmt denken, um welches geht. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ich habe schon mal mitraten lassen, um welches Unternehmen es wohl geht. Die größte US-Bank, du weißt es sicherlich. Ganz genau. Es geht um die JP Morgan Chase, die größte US-Bank mit einer Bilanzsumme von mehr als 2600 Milliarden US-Dollar. Ist es dann letztendlich auch eines der größten an einer Börse und notierte Unternehmen. Eine der drei größten Banken dann auch global. Jetzt haben wir alle Superlative hier mit reingebracht und tatsächlich auch letztes Jahr schon mal drüber gesprochen. Und jetzt ging die Quartalsaison für das erste Quartal in diesem Kalenderjahr bereits am Freitag los. Wir haben die Zahlen vorliegen und das gibt uns den Anlass, hier nochmal tiefer reinzubohren. Um eine Vorstellung der Größenordnung zu bekommen und welchen Abstand auch JP Morgan auf den Zweitplatzierten von der Marktkapitalisierung in den USA hat, haben wir das Ranking mal mitgebracht. Und das ist tatsächlich ja ein Riesenabstand. Genau, ein Riesenabstand zu der Bank of America, die hier an zweiter Stelle liegt und die letztendlich drittgrößte US-Bank wäre dann die Wells Fargo. Von daher ist man da schon mit weitem Abstand, könnte man sagen, ganz klar der Branchenprimus in diesem Bereich. Ja, das ist nicht nur eine Bank, sondern auch eine Investmentbank, mal alles hier zusammengebracht. Ist sie ja auch erst im Jahr 2000 so groß geworden. Da gab es nämlich damals die Chase Manhattan Bank und die JP Morgan & Co., die fusionierten, dass die Wettbewerbsbehörde das überhaupt zugelassen hatten. Wird uns heute wahrscheinlich überraschen, aber es war damals so und letzten Endes macht das Investment und Market Banking 40 Prozent vom Umsatz aus und da geht es tatsächlich um Übernahmen, Fusionen, Börsengänge, Investitionen, Kapitalerhöhung. Also all das, was eigentlich Unternehmen von einem externen Berater erwarten. Genau. Und die zweite große Säule, könnte man sagen, ist das Retail Banking, also der Privatkundenbereich mit auch knapp 39 Prozent der Anteile und das bezieht sich auf die verschiedensten Finanzdienstleistungsprodukte wie Immobilienkredite, Autokredite, Versicherungen und da hat man letztendlich ein sehr, sehr großes Netz über die ganzen USA hinweg gespannt mit mehr als 4.790 Bankagenturen. Und dann sozusagen on top kommt noch die Vermögensverwaltung obendrauf, die über drei Billionen US-Dollar umfasst. Also wenn JP Morgan Chase sagt, die Aktie ist gefragt oder die stoßen wir ab, das bewegt schon am Markt was. Genau, das auf jeden Fall. Da ist man ein sehr, sehr großer Player letztendlich am Markt und kann natürlich mit diesem großen Anteil dann Kundengut haben, dann auch die Märkte letztendlich bewegen, ja. Ja, das verwaltete Vermögen hattest du schon gesagt, die laufen verwalteten Einnahmen so rum ausgedrückt. Aber es kommt natürlich auch ein Haufen Kredite dazu und das ist gerade in Zeiten, wo auch immer mal von Bankenkrise die Rede ist. Vielleicht auch das Zünglein an der Waage gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Zuvor die Umsätze je Region und da sieht man, dass auch die Bank in Europa stark vertreten ist und man hatte tatsächlich auch in Frankfurt einen Bürotower gemietet, soweit ich weiß und ist damit auch bei uns sehr präsent. Genau, circa drei Viertel der Anteile in den USA, in Nordamerika. Aber man ist letztendlich da auch schon global aufgestellt und hat sowohl in Europa als auch in Afrika und auch im asiatischen Raum verschiedene Niederlassungen, zum Beispiel hier auch in Deutschland, ja. Da wir über den Werdegang berichtet haben seit dem Jahr 2000, muss man auch noch mal herauskehren, dass man die beiden Unternehmen nicht verwechseln darf. Also wenn man von JP Morgan Chase spricht oder von JP Morgan, das sind tatsächlich zwei getrennte Divisionen, kann man so sagen. Ganz genau. Wir sprechen jetzt hier halt um die börsengelistete JP Morgan Chase und die es halt seit der Fusion in dieser Form gibt und das bezieht sich halt entsprechend auf den gewerblichen Einzelhandel, das Retail Banking und auch für die Kartendienste, die letztendlich die verschiedenen Kartendienste, die man anbietet für den täglichen Verbraucher. Der Herr Morgan hatte damals ein cooles Zitat gebracht, das möchte ich nochmal wiederholen, wenn man sich fragen muss, wie viel es kostet, dann kann man sich das nicht leisten. Das Thema Konsum ist ja in den USA viel, viel größer geschrieben als in Europa und war ja auch logischerweise größer geschrieben in der Inflationszeit, weil es auch kaum Zinsen auf Einlagen gab. Das hat sich jetzt ein Stück weit umgekehrt und durch diese Zinserhöhung in den USA seit dem letzten Jahr wurden auch wieder Bankaktien mehr gesucht, weil man für die Einlagen ja auch Geld bekommt. Genau, ganz genau. Das war natürlich einer der positiven Punkte, dass nach vielen, vielen Jahren der Nullzinspolitik beziehungsweise sogar kurzzeitig negative Zinsen, dass jetzt wieder Zinsen hier entsprechend von der FED auch entsprechend erhöht worden sind und damit kann man natürlich sein Geschäftsfeld auch mehr in diese Richtung lenken und konnte natürlich auch in diesem Segment wirklich hohe Umsätze verzeichnen. Als zweiter Punkt, der jetzt auch hinzukam, war natürlich die Bankenkrise, die wir hatten und im Zuge dieser Regionalbankenpleiten, die wir auch hatten, war es natürlich auch so, dass es jetzt doch zu einer gewissen Konzentration der Einlagen auch von US-Anlegern hin zu den Großbanken gekommen ist und dafür ist natürlich einer der Gewinner letztendlich die JP Morgan Chase und das wurde auch letztendlich in dem Quartalsbericht klar. Da freut man sich natürlich, dass auch dieser Bereich jetzt wieder wachsen kann. Die Umsätze der Geschäftsbereiche sind hier noch einmal kurz aufgelistet, hatten wir am Anfang ja auch auf der Tonspur schon übergeben und ein bisschen Respekt herrschte teilweise schon vor den Quartalszahlen. Man sieht an den Bewegungen in der letzten Woche, die Aktie wollte nicht recht weg vom Fleck kommen und hat dann am Freitag mit einer Art Befreiungsschlag auf die Quartalszahlen reagiert. Plus 7,5 Prozent, die bringen wir hier auch alle nochmal ins Bild. Genau, die schauen wir uns noch etwas näher an. Also es waren sehr, sehr positive Zahlen letztendlich und man hat auch alle Analystenerwartungen dann übertroffen. Sowohl was die Umsatzerlöse anbelangte mit mehr als 39 Milliarden US-Dollar hat man die ganz klar getoppt. Die Analystenerwartung von 36 Milliarden und das Ergebnis je Aktie, das war auch deutlich höher. Das sieht man hier an den ausgewiesenen Gewinn. Da hat man also mehr als 25 Prozent letztendlich auch die Konsensschätzung übertroffen und ja, insgesamt verdiente man circa 50 Prozent mehr als im Vorjahresquartal und das ist wirklich dann eine Hausnummer, wenn man das vergleicht, dass man wirklich da ganz klar gute Zahlen und auch nochmal die Zahlen übertroffen hat, die erwartet worden sind. Ja, habe ich schon mal hochgerechnet aufs Gesamtjahr. Da könnte tatsächlich ein Rekordjahr anstehen, was dann letzten Endes den Gewinn angeht. 2019 ist das bisherige Rekordvolumen bei 36,4 Milliarden Dollar festgeschrieben und wenn wir jetzt im ersten Quartal schon 12,6 hatten mal 4, könnten wir logischerweise drüber kommen. Vom Umsatz her war das letzte Jahr ja schon ein Rekordjahr. Genau, das war ein Rekordjahr. Hier sieht man, man hatte zwei schwierige Jahre 2020 und 2021, aber 2022 sieht man hier nochmal so, das war schon so ein bisschen der Befreiungsschlag und das könnte man vielleicht sogar in diesem Jahr dann auch nochmal toppen. Ja, die Analysten sind auf alle Fälle sehr, sehr milde bis euphorisch gestimmt und da sieht man, dass auch die Banken sich gegenseitig auch immer Ratings geben. Also es gibt von der Wells Fargo hier ein Kaufrating und auch von Morgan Stanley. Beide sind ja Wettbewerber. Trotzdem kann man sie objektiv beurteilen und wenn man das zusammenzieht als Summe, sind die meisten Analysten weiter für die Aktie positiv gestimmt und das freut natürlich auch die Anteilseigner. Da kennen wir schon wieder ein paar von. Genau, da sind die bekannten großen institutionellen Anleger mit dabei, eine Vanguard Group, eine Black Corp und so weiter. Also die Bekannten haben hier wirklich alle nennenswerte Anteile auch an der JP Morgan Chase. Ja, wenn es vielleicht mit dem aktuellen Kurs nicht ganz so profitabel ist, dann doch über die Dividenden. Da lassen sich noch Erträge wirtschaften und die sind in den letzten Jahren stetig angestiegen. Man kann fast schon sagen, JP Morgan Chase ist ein Dividenden-Aristokrat. Ja, das sieht auch positiv aus. Die Dividenden sind immer weiter angewachsen und auch der Ausblick könnte darauf hindeuten, dass das in Zukunft ganz genauso der Fall ist. Auch der CEO Jamie Diamond hat ja sehr erfreuliche Dinge da noch berichtet am Freitag. Auch gemeint, die US-Wirtschaft, die steht auch weiterhin auf gesunden Füßen und dass die Verbraucher auch weiterhin Geld ausgeben und die Unternehmen relativ starke Bilanzen haben. Und dass man jedoch auch die Turbulenzen in der Bankenbranche beobachtet hat und entsprechend da auch die Risiken richtig bewertet und Rückstellungen macht. Aber insgesamt hat er wirklich sehr positiv da auch letztendlich in dieser Pressekonferenz berichtet. Die Rückstellung ging tatsächlich nach oben mehr als verdoppelt. Hatten Sie sich auf 2,3 Milliarden, aber vielleicht ist damit auch schon das Schlimmste ausgestanden. Wir schauen mal auf das Chartbild mit dem Freestalks-Tool, was es für Unterstützung und Widerstände gibt. Genau, schauen wir uns die Aktie etwas näher an. Zunächst im großen Bild im Wochenchart sieht man, dass die Aktie im letzten Jahr natürlich auch stark zurückgekommen ist. Von den Hochs bei 172 Dollar bis im Tief dann in den Bereich der 100-Dollar-Marke. Und wenn man dann etwas reinzoomt und sich die Aktie im Tagesschart anschaut, sieht man seit den Tiefs im Oktober des letzten Jahres der starke Aufwärtsimpuls. Der Rücksetzer hier in dem Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei ca. 125 Dollar. Und ich denke, seit wir diesen Bereich getestet haben, hier am 24.3., hat man wirklich schon diesen Aufwärtsimpuls gesehen. Die Seitwärtskonsolidierung über einige Tage und jetzt gelang quasi mit den Quartalszahlen, mit diesem großen Aufwärtsgap, der nächste Aufwärtsimpuls. Und man hat direkt auch den 50- und 100-Tage-Durchschnitt überschreiten können. Und jetzt ist eigentlich der Weg frei hin zum Jahreshoch bei ca. 144 Dollar. Und da muss man mal schauen, ob dort wieder etwas Druck auch reinkommt und vielleicht hier auch Gewinnmitnahmen einsetzen. Ansonsten sollte auch dieser nächste Widerstandsbereich überwunden werden, kann man wieder etwas rauszoomen und auch nach deutlich höheren Kursniveaus hier Ausschau halten. Der nächste markante Bereich wäre dann bei ca. 157 bis 159 Dollar und könnte ein potenzielles Ziel auf der Oberseite hier darstellen. Und da ist der Primus, letzten Endes der Primus, wollte ich sagen, der Primus im Bankensegment ist, sollte er bei einem breit diversifizierten Portfolio auf alle Fälle auch mitgewichtet werden, ob das jetzt Shippie Morgan Chase ist oder vielleicht auch eine Goldman Sachs. Wir schauen uns ja mehrere Unternehmen aus dem Sektor an, müssen sie letzten Endes selber entscheiden, aber wir wollten es mal mit vorgestellt haben. Ja, ich denke, ein sehr interessanter Wert und wie gesagt, die größte US-Bank scheint sehr, sehr gut auch für die Zukunft gewappnet zu sein. Von daher ein interessanter Wert, den man auch weiter beobachten und dann vielleicht auch ins Depot legen kann. Ja, ganz lieben Dank für die wertvollen Informationen, Roland Jägen und bis zum nächsten Format. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich Willkommen bei Aktien im Fokus. Heute mit einem Hammer an Quartalszahlen, nämlich diejenigen, die nicht nur im Internet uns zuschauen oder auf anderen Kanälen zuschauen, die kennen sicherlich auch Netflix. Das soll heute das Thema sein, zusammen mit dem Roland Jägen, direkt nach dem Intro. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, jetzt ist mir das Thema schon rausgerutscht. Eigentlich präsentierst du das ja immer. Ich hoffe, du bist mir da nicht böse, aber ich war so aufgeregt. Da ist ja richtig was passiert zu den Quartalszahlen. Ja, genau. Passend zu den Quartalszahlen, da war es gestern Abend schon ordentlich volatil, dann nachbörslich, als die Zahlen verkündet worden sind. Und aus diesem aktuellen Anlass heraus möchten wir die Aktie dann nochmal etwas näher beleuchten und dann auch auf die aktuelle Chart-Technik eingehen. Ja, sehr gerne. Noch einmal ist auch das richtige Wort, denn wir haben tatsächlich eine solche große Aktie, die so breit im Interesse unseres Publikums steht, hier schon öfters mal erörtert und immer von einer anderen Ansatzzeit. Also das letzte Mal ging es tatsächlich darum, was sind die erfolgreichsten Serien und Filme. Also gerne mal hier ins Archiv reinschauen und damit habe ich auch schon verraten, Serien, Filme. Das ist so das Hauptgeschäftsfeld von Netflix. Ganz genau. Also beim Thema Streaming denken sicherlich die meisten Menschen direkt an Netflix und Netflix gilt als einer der Pioniere in diesem Bereich und ist auch bis dato der größte Streaming-Dienst weltweit. Und ja, da bekommt man alles von Filmen über Serien und kann das natürlich auf den verschiedensten Endgeräten dann letztendlich auch abspielen, egal ob es am Fernsehgerät ist oder natürlich auch am Computer, am Tablet oder auch auf dem Smartphone. Und tatsächlich ist die Firma so alt wie Google und hat auch eine interessante Historie. Den Namen, ja, den kann man sich eigentlich selber auch zusammenreimen, Net und Flix, also Filme im Internet, das ergibt auch Sinn. Aber das war nicht immer so, denn man hat tatsächlich begonnen mit einer Mediathek und hat DVDs und CDs damals noch mit der Post versendet. Genau, man hat da ganz klassisch angefahren mit dem Postversand entsprechend und hat alles an seine Abonnenten verschickt. Das waren teilweise mehr als 190.000 DVDs pro Tag und dann hat sich das aber dann letztendlich auch schnell gewandelt von diesem wirklich Postversand hin zum Online-Streaming-Dienst. Das heißt, Video on Demand wäre hier das Stichwort und das ist ja das, was aktuell jetzt nur noch stattfindet, ja. Und das war tatsächlich dann bahnbrechend, wegweisend. Also es gab auch keinen Konkurrenten am Anfang. Mittlerweile holen die auf, die schauen wir uns nachher gerne nochmal an. Und das Interessante daran ist, dass eben die Zahlenabonnenten immer mehr werden. Ich habe jetzt hier mal bewusst die älteren Daten drin gelassen. Wir schauen gleich mal auf die Neuen mit dem Hinweis verbunden, dass man hier diese Ursprünge jetzt komplett einmal platt macht, ganz auf Deutsch gesagt. Und ich habe jetzt auch keine DVDs mehr versendet. Genau, das war noch so ein kleines Nischenprodukt, dass man bis aktuell jetzt noch DVDs versandt hat. Aber aktuell, jetzt wird das wirklich komplett eingestellt. Das heißt, die Ursprünge werden nach 25 Jahren dann letztendlich hier abgeschnitten. Und damit gibt es wirklich nur noch Video on Demand. Ja, und den Weg nach vorn letzten Endes. Ja, bei den Preisen, da sucht man noch die goldene Mitte. Und hier sieht man auch schon, dass es auch ganz viele andere Wettbewerber gibt, als ob das jetzt eine Amazon ist, eine Disney, die man hier hat, oder auch Apple TV oder Join. Das sind alles ähnliche Wettbewerber, die teilweise ja auch deckungsgleiche Programme haben. Das muss man ja auch sagen. Genau, die Konkurrenz ist größer geworden, muss man ganz klar sagen, und wächst auch immer weiter. Und da muss man sich natürlich umschauen, ob man sich da weiterhin so als Branchenprimus behaupten kann. Zumal da wirklich auch viele andere Anbieter mit attraktiven Serien, attraktiven Filmen locken. Und bei Amazon ist es ja dann auch so, da hat man es dann häufig sogar in diesem Bundle mit drin, dass man einfach entsprechend die Produkte kostenlos geliefert bekommt und hat noch entsprechend Prime Video mit dabei, während man Netflix ja dann separat buchen muss. Von daher, es gibt eine starke Konkurrenz, gegen die man sich dann weiterhin hier behaupten muss. Ja, da versucht natürlich Netflix dann auch immer wieder neue Modelle zu wählen. Zum Beispiel auch ein bisschen mit Werbung, was von dem originären Konzept etwas abweicht. Aber dafür weicht auch der Preis ab und ist damit fast schon unschlagbar. 4,99 Euro. Also Preiswerte habe ich im Streaming-Dienst noch nicht erlebt. Genau. Mit diesem werbefinanzierten Angebot versucht man natürlich dann letztendlich auch andere Nutzergruppen zu erschließen und einfach mehr Nutzer dann letztendlich auch in seinen Dienst reinzubringen und dann vielleicht auch später zu einem möglichen Upgrade zu bewegen. Und ja, das ist ein neuer Weg, den Netflix jetzt hier geht seit Mitte des letzten Jahres. Und ja, da zeigen sich jetzt schon auch vielleicht die ersten Ergebnisse in den aktuellen Zahlen. Ja, auf jeden Fall. Man ist es ja auch gewöhnt von YouTube beispielsweise. Also auch da muss man zahlen, wenn man die YouTube-Videos werbefrei sehen möchte. Ansonsten bekommt man Produktinformationen, wie es so schön heißt, immer mit eingeblendet. Die Konkurrenz hat aber auch noch was anderes hervorgebracht. Die Konkurrenzsituation, indem man sich zum Beispiel gegenseitig Serien, die entweder exklusiv sind oder auf mehreren Kanälen parallel liefen, dann wieder zurückholt. Und das macht jetzt beispielsweise Amazon. Die holt nämlich eine sehr, sehr beliebte Serie zurück und zwar ganz autark. Also man kann sie wirklich nur noch auf Amazon sehen und das bringt vielleicht einige der Nutzer auch zum Wechseln. Genau. Es geht um die Serie Fargo, so ein bisschen als Kult, zu einer Kult-Serie geworden, auch hier bei Netflix. Und die hat sich jetzt letztendlich Amazon hier geschnappt und damit ist sie auch exklusiv bei Amazon verfügbar. Und das könnte durchaus dazu führen, dass natürlich der ein oder andere Nutzer dann auch wieder umswitcht. Und manche haben natürlich auch mehrere Streaming-Dienste parallel, aber es kann durchaus vielleicht den einen oder anderen Kunden dann letztendlich auch kosten. Ja, insbesondere bei den Streaming-Zugängen. Da läuft viel parallel. Man schätzt von den 230 Millionen zahlenden Abonnenten bei Netflix ungefähr noch eine dunkle Ziffer von 100 Millionen, die einfach über die Passwörter zuschauen. Und das ist auch nochmal ein weiteres Thema, was jetzt in der Bilanz-Pressekonferenz angesprochen wurde. Damit soll bald Schluss sein. Und sobald das aufgedeckt wird, wird nicht nur der Account blockiert, sondern da werden gleich Zusatzgebühren mit in Rechnung gestellt. Genau. Also da will man auch weiter verstärkt durchgreifen entsprechend gegen das Teilen von Passwörtern. Und das lief eigentlich schon sehr, sehr gut ein an in den letzten Monaten. Da hat man sich eigentlich positiv zu geäußert. Und das Ganze will man dann letztendlich auch jetzt hier weiter fortführen, um dann auch die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Ja, ich bin wirklich gespannt. Die Analysten sind mehrheitlich positiv gestimmt. Also von Halten bis Kaufen waren die ganzen Ratings bis zu den Quartalszahlen hier auf der Oberseite vertreten. Also keiner hatte gesagt, die Aktien sind zu teuer. Denn die hat ja Dynamik weiterhin und Wachstum aufgezeigt. Und wie sich das in den aktuellen Quartalszahlen widerspiegelt, das wollen wir jetzt mit ins Bild bringen. Also der Kampf gegen Passwortsharing wird internationalisiert. Man hat es in einigen Regionen schon ausprobiert. Auch mit der Werbung davor hat man ausprobiert in Kanada. Sehr erfolgreich. Jetzt geht es eben weltweit da zur Sache. Und die Quartalszahlen, die lesen sich auf den ersten Blick ganz okay. Genau. Ordentlich könnte man sagen. Jetzt keine herausragenden Zahlen, aber auch keine, die komplett enttäuscht haben. Von daher ganz ordentlich würde ich, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. 2,88 Dollar pro Aktie. Damit lag man leicht über den Analystenschätzungen von 2,86 Dollar. Der Umsatz war minimal geringer als von den Analysten erwartet mit 8,16 Milliarden US-Dollar. Was so ein bisschen auch enttäuscht hat, war dann letztendlich, dass die Dynamik hier auch nachgelassen hat, was die Umsatzsteigerung anbelangt. Nur noch 4 Prozent Wachstum. Und da erwarten oder haben auch viele Analysten deutlich mehr erwartet. Ja, vor allem die Kosten, die drücken natürlich. Also nicht nur für die Videoproduktion, sondern letzten Endes auch für das Personal. Wenn man in Richtung effizienteres Vorgehen gegen Passwort-Sharing hier Tools installiert und, und, und. Also Nettogewinn ist gesunken. Um 18 Prozent trotzdem noch ein Gewinn. Das sieht alles in der Bilanz, wollte ich sagen. Jetzt holpert es hier sehr, sehr gut aus. Und wenn man da die nächsten Quartale sich anschaut, soll das Wachstum auch beibehalten werden. Das soll beibehalten werden, aber der Ausblick hat doch etwas enttäuscht, muss man auch sagen. Auch die Marge, können wir nochmal ansprechen, die operative Marge ist von 25,1 auf 21 Prozent gefallen. Das haben ja auch viele erwartet. Durch diese günstigeren Einsteigerangebote ist die Marge doch deutlich kleiner als vorher. Von daher, das und auch der Ausblick lag jetzt insgesamt etwas unter den Erwartungen, weil für das zweite Quartal, das jetzt ansteht, haben die Analysten doch bisher mit einem Ergebnis von mehr als 3 Dollar je Aktie gerechnet. Und da hat man jetzt gestern nur 2,84 Dollar in Aussicht gestellt. Von daher hier, oder hier 2,90. Also in diesem Bereich auf jeden Fall unterhalb von 3 Dollar. Und das war so ein kleiner negativer Punkt, den man auch ansprechen sollte. Ja, und das war auch das Erste, was ins Auge fehlt, dass quasi der Ausblick ein Stück weit nach unten revidiert wurde und hat die Aktie um 10 Prozent zurückgeworfen. Aber das konnte dann nachbürsig auch wieder aufgeholt werden. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Fettfingerorder. Ich hatte mich auch erschrocken, als die Zahlen kamen. Die kamen direkt nach 22 Uhr. Aber lass uns mal bei dem Positiven bleiben, bevor wir noch in die Aktienanalyse reingehen. Netflix wächst in allen Regionen und ist in über 100 Ländern vertreten. Also insofern sehr breit aufgestellt. Man ist sehr, sehr breit aufgestellt. Man ist wirklich, ich glaube, in 190 Ländern verfügbar. Von 196. Das heißt, man ist letztendlich, gehört man zu den wenigen Unternehmen, die fast 100 Prozent Marktabdeckung haben. Und das ist auf jeden Fall weiterhin hier auch positiv anzumerken. Und auch dieses Wachstum in allen Regionen, das man hier auch weiterhin verzeichnen kann. Und das soll dann eben auch über die nächsten Jahre fortgeschrieben werden. Deswegen gibt es weitere Updates nach den Quartalsteilen, logischerweise immer von den Analysten. Und die habe ich von heute taufrisch einmal hier geordnet. Die kamen jetzt langsam vor dem Start des US-Handels über die Ticker. Und der Goldman hat quasi gesagt, na, ist vielleicht doch nicht so gut gewesen. JP Morgan hat das Kostziel gesenkt, aber gesagt, trotzdem Übergewichten. Und die Deutsche Bank hat sogar das Kostziel angehoben. Also so unterschiedlich können diejenigen sein, die die Bilanzen noch ein bisschen tiefer auseinandernehmen als wir. Und ich bin mal gespannt, wie die Prominentenanteilseigner hier reagieren. Ob sie sagen, wir halten der Firma die Stange oder eben, nee, wir gehen lieber raus. Ja, da darf man gespannt sein. Also insgesamt wirklich gemischte Bewertungen hier auch von der Analysten-Seite. Viele kaufen Empfehlungen, aber auch einige halten auf der Halten-Seite. Von daher ein relativ gemischtes Bild, könnte man sagen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie das Bild sich im Chart darstellt. Du hast schon das FreeStocks-Tool gestartet. Ja, hier sieht man die Aktie zunächst im Wochenchart. Und seit den Allzeithochs bei über 700 Dollar sieht man dann im letzten Jahr ganz klar diese Abwärtsbewegung, wo wir auch zweimal zu den Quartalszahlen eine sehr, sehr große Abwärtsdynamik gehabt haben. Dann hat sich die Aktie im Sommer des letzten Jahres stabilisiert und ist seitdem auch in einen mittelfristigen Aufwärtstrend übergegangen. Das sieht man hier im Tageschart dann noch etwas besser. Hat dann auch dieses Gap hier aus dem Frühjahr des letzten Jahres schließen können und ist jetzt auch wieder einer interessanten Marke hier angekommen. Ich denke, dieser Bereich von ca. 330 bis 335 Dollar. Da liegt auch ziemlich genau der 50-Tage-Durchschnitt, der 100-Tage-Durchschnitt knapp darunter. Könnte jetzt auch vielleicht heute und in den nächsten Handelstagen relevant sein. Sollten wir uns weiter oberhalb dieser Marke bewegen, könnte ja durchaus, denke ich, noch mein Aufwärtsimpuls folgen. Vielleicht bis knapp unter die 400-Dollar-Marke. Das war in der Vergangenheit auch ein sehr, sehr wichtiges Niveau. Von daher sind da durchaus auch neue Jahreshochs im Bereich des Möglichen bei einer positiven Reaktion. Ansonsten sollte die Aktie sich unterhalb dieser Marke etablieren. Könnte da natürlich auch eine Abwärtsdynamik einsetzen. Der 200-Tage-Durchschnitt wurde jetzt auch seit längerer Zeit nicht mehr getestet. Mittlerweile ist er nach oben gedreht und aufwärts geneigt. Der liegt aktuell bei 281 Dollar. Und bei einer Abwärtsbewegung ist das ein Bereich, der durchaus vielleicht mittelfristig auch nochmal getestet werden könnte. Darunter ist dann auch weiterhin die wichtige Marke bei ca. 250 Dollar zu nennen. Von daher, ich denke, hier kann man sich perspektivisch sehr interessant positionieren. Aber jetzt muss man erstmal schauen, wie der Markt an dieser Marke reagiert. Gestern waren wir nachbörslich da auch schon um einiges tiefer. Aber der Markt hat sich sehr gut erholt und wird vermutlich ohne ein großes Gap dann auch eröffnen. Von daher darf man gespannt sein, wie die Aktie dann auch in den nächsten Tagen hier gehandelt wird. Und wer den Sektor insgesamt hochgewichten möchte bzw. davon ausgeht, dass in dem Sektor noch mehr Potenzial da ist, der kann ja auch dazu übergehen und hier quasi mehrere Aktien aus dem Sektor kaufen und sich somit eine kleine Diversifikation aufbauen. Ja, Diversifikation macht immer Sinn, dass man nicht alles auf eine Karte setzt, nicht alle Eier in einen Korb legt. Von daher macht es durchaus Sinn, sich da etwas breiter aufzustellen. Und Netflix ist auf jeden Fall ein spannender Wert, der, denke ich, bei vielen Anlegern ins Portfolio hereingehört. Ja, und einer von rund 100 Werten, die wir schon analysiert haben mit dem FreeStocks-Tool. Also mir macht es immer weiter Freude, Updates oder auch neue Werte reinzubringen. Und deswegen geht es morgen hier auf dem Kanal weiter. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao. Herzlich willkommen bei Aktien im Fokus heute am Donnerstag. Wir haben den 20. April 2023 und endlich die Tesla-Quartalszahlen auf dem Tisch liegen. Das soll das Thema heute sein. Jetzt habe ich es schon verraten. Nach dem Intro gibt es die Infos. Hallo Roland. Hallo Andreas. Schönen guten Tag. Ja, heute können wir wieder eine Aktie besprechen, die aktuell mit Quartalszahlen nicht nur für Aufsehen am Markt erregt, das Aufsehen erregt, sondern auch im Aktienkurs wieder ordentlich Volatilität zeigt. Und sowas lieben wir ja im Trading. Genau, ganz genau. Die Quartalssaison, die nähert sich so langsam dem Höhepunkt. Diese Woche haben wir ja schon die Netflix gehabt, jetzt die Tesla. Und die hat sich auch gestern nachbürstlich ordentlich bewegt. Das sehen wir gleich auch im Chartverlauf. Aber zunächst einmal auf einige Fakten und dann auch im Detail auf die Quartalszahlen. Ja, das Unternehmen an sich müssen wir nicht so detailliert vorstellen. Denn erstens gibt es in der Playlist schon ein paar Videos dazu aus der Vergangenheit. Und zum anderen weiß, glaube ich, jeder, was Tesla macht, wer der Chef ist und sowas. Das ist ja sogar ein Kreuzwortritzel manchmal in der Frage. Also Tesla entwickelt, baut und verkauft Elektrofahrzeuge. So kann man es zusammenfassen. Genau, ist sicherlich jedem bekannt. Ende 2022 gab es fünf Produktionsstandorte in den Vereinigten Staaten. Einen in China und einen in Deutschland. Kennt sicherlich auch jeder. Und man ist ja jetzt auch aktuell dabei, noch Batteriewerke letztendlich aufzubauen. Große Batteriewerke, unter anderem auch eins in China. Und das heißt, man versucht hier auch immer weiter zu expandieren und letztendlich dann auch seine Umsatzerlöse auszubauen. Und wie sich die verzeilen, sieht man hier auch aufgelistet. Circa die Hälfte wird in den USA entsprechend hier umgesetzt und dann 22 Prozent fallen auf China und dann der Rest dann auf Europa, den Rest von Asien und den südamerikanischen Raum. Es freut einen natürlich immer zu hören, dass der Heimatmarkt der wichtigste Markt ist. Also so ein bisschen, wie sagt man, Patriotismus. Und das zeigen aber auch die Wachstumsraten, weil nämlich man in Amerika am stärksten wächst. Genau, da wächst man auch am stärksten. Hier sieht man es zum Beispiel von 21 auf 22 Prozent mehr. Knappe 70 Prozent Steigerung. Das ist schon eine Hausnummer. Von daher, man hat in den letzten Jahren ein sehr, sehr starkes Wachstum gehabt. Das scheint jetzt aktuell, das sehen wir auch gleich in den Zahlen, so ein bisschen gebremst zu sein. Also diese Dynamik hat auf jeden Fall schon nachgelassen in den letzten Quartalen. Und ja, da muss man mal schauen, wie es dann perspektivisch auch weitergeht. Rekorde war man gewöhnt von Tesla auf jeden Fall. Ob das nun bei der Gewinnseite durch Klimazertifikate entstanden ist oder durch die Autoverkäufe, das sei mal dahingestellt. Das hat sich auch im Laufe der letzten Jahre stark gewandelt. Wir sind mit einem richtigen tollen Schwung aus dem letzten Jahr hervorgegangen. Auch in Deutschland Rekordverkäufe und Rekordgewinne letzten Endes. Doch von den Prognosen, die ja dann auch immer ein Stück weit höher geschraubt werden, kommt man jetzt ab. Und Elon Musk hat es ja eigentlich schon im Januar gesagt, dass er so ein bisschen warnt, dass es so nicht weitergehen kann. Genau, man hat letztendlich dann kürzlich auch die eigenen Ziele und auch die Erwartungen von vielen Analysten und Experten dann verfehlt. Das muss man ganz klar so sagen. Und ja, hier sieht man einen Artikel aus dem Januar diesen Jahres. Da hat Elon Musk letztendlich schon davor gewarnt, dass es eine schwierige Zeit werden könnte vor einer drohenden Rezession in den USA. Könnte es sein, dass die Zeiten gerade in den nächsten Quartalen alles andere als rosig sind. Und das scheinen jetzt auch die aktuellen Zahlen dann so ein bisschen auch zu bestätigen. Und da wollte er rechtzeitig gegensteuern, hat die es auch getan, nämlich indem er Rabatte einräumte. Also selber die Dynamik und die Effizienz bei der Herstellung nach oben geschraubt, aber auch für den Verkäufer in Richtung Inflation mitgedacht. Und für den Käufer die Rabatte einzuräumen, um dann zu sagen, das Auto kostet jetzt absolut nicht mehr Preis X, sondern es gibt einen Abschlag und da gab es insgesamt sechs Preisnachlässe allein in den USA. Und logischerweise, wenn der Umsatz ein Stück zurückgeht, dann können ja die Gewinne nicht nach oben laufen. Genau, das ist auf jeden Fall logisch. Und man versucht wirklich mit diesen Preissenkungen auch so ein bisschen die Führung im Automobilsektor zu übernehmen und letztendlich dann auch den Markt zu diktieren und nicht nur Mitläufer zu sein, sondern wirklich die Schritte letztendlich vor den Konkurrenten zu sein und nicht auf die Konkurrenten zu reagieren. Und das ist ein Aspekt, den man durchaus auch positiv hier bewerten kann. Ob das gelingt, das wird sich dann erst mal zeigen. Es gibt ja mehrere Preissetzungsmechanismen in diese Richtung, die man auch in anderen Branchen gesehen hat. Bei manchen hat es funktioniert. Tatsächlich, wenn man da an die Deutsche Bahn denkt, die gibt es quasi das größte Bahnnetz und sind Vorreiter. Aber bei anderen, wie zum Beispiel den Kochbox- und Essenslieferantenherstellern, da hat es zum Beispiel nicht funktioniert, dass reine Größe hier schon Garant ist für Gewinne. Mal schauen, wie es bei Tesla weitergeht. Wir blicken erst einmal auf das erste Quartal und die Zahlen in Summe waren ja, wenn man sie so liest, durchweg okay für mich zumindest. Auf den ersten Blick ja, würde ich dir zustimmen. Beim Umsatz hat man die Analystenerwartungen nicht ganz erreicht, nur minimal fehlt. Aber sie sind immer noch, denke ich, recht positiv. Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorquartal. Das kann man auf jeden Fall berichten. Beim Gewinn ist es auch so. Der Bruttogewinn lag bei 5,46 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal und ist jetzt gesunken auf 4,5 Milliarden. Das heißt, hier sieht man auf jeden Fall, dass sich das Ergebnis verschlechtert hat. Was am meisten, denke ich, letztendlich hier auch viele negativ hat aufforschen lassen, war die Brutto-Marge. Die lag im Vorjahresquartal noch über 29%. Da hatte der, ich glaube, es war der Finanzchef, Zachary Kirkhorn, schon Anfang des Jahres gesagt, man möchte die Margen bei über 20% halten und das ist letztendlich nicht gelungen. Also die Brutto-Marge lag jetzt nur noch bei 19,3%, also über 10% weniger als im Vorjahresquartal. Und ich denke, das war doch die negativste News oder die die Anleger auch letztendlich hier negativ aufgefasst haben. Ja, die Brutto-Marge, die ist bei anderen sicherlich nochmal ein Stück weit höher im Luxussegment. Also wenn ich an eine Ferrari denke, da liegt die aktuell um die 48%. Aber Tesla ist ja quasi im Breitenmarkt zugänglich. Und da muss man sich ja vielleicht auch mit einer Volkswagen vergleichen oder mit anderen Automarken, die eben in diesem Segment fahren. Und da ist man ja noch relativ hoch. Da ist man noch relativ hoch, von daher, aber man ist natürlich nicht mehr auf den Niveaus, die man vielleicht von Tesla gewohnt war jetzt auch in den letzten Jahren. Vielleicht war man da auch etwas verwöhnt von diesen Zahlen. Aber im Vergleich, denke ich, liegt man noch immer noch auf einem recht guten Niveau. Wir analysieren das mal im Vergleich zu den anderen Quartalen. Und da sieht man eindeutig, dass zum Beispiel auch die Umsatzrendite damit einhergehend sinkt. Die ist zwar noch zweistellig, aber die könnte im nächsten Quartal sogar einstellig werden, wenn eben genau diese Verkäufe nach den Preissenkungen in die nächste Bilanz mit aufgenommen werden. Ganz genau. Also das nächste Quartal könnte auch noch schwierig werden. Danach gibt es vielleicht einen kleinen Turnaround dann auch zum Ende des Jahres hin. Aber da muss man insbesondere auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abwarten. Es kann sein, dass das Tief hier noch nicht ganz erreicht ist, was zum Beispiel auch die Umsatzrendite und auch die Marge anbelangt. Das ist zumindest hier die idealtypische Skizzierung, dass es danach wieder aufwärts geht. Und wenn man das auf die Kalenderjahre bezieht, so ist kein Wachstumseinbruch dann zu sehen, weil es sich ja eben nur um ein oder zwei Quartale handelt. Also da könnte man quasi mit der Umsatzrendite dieses Jahr das Tief ausbilden und dann nächstes Jahr sogar in Richtung der Zahlenwerte von 2022 wieder gehen. Genau, das wäre natürlich das Ziel, diese wieder zu erreichen und dann auch zu toppen. Und ja, da muss man schauen, ob das auch machbar ist. Ich denke, da werden alle ganz genau auf die nächsten Zahlen und auch auf die Zwischenergebnisse schauen. Genau. Dann könnte nämlich so eine Treppe weiter fortgeführt werden. Also wir wünschen es natürlich Tesla und allen Aktionären. Nachbürstlich hat es erst mal so ein bisschen für Verunsicherung gesorgt. Im ersten Rutsch, der dann nachbürstlich auch noch mal kurz aufgeholt werden konnte, ist die Aktie nur in Anführungsstrichen 3% gefallen. Aber heute wirkt sich das Ganze noch mal so ein bisschen weiter aus. Man sortiert sich, man sondiert die Worte, die Elon Musk hier mit hervorgebracht hat und fragt sich natürlich, wie wir beide auch, ob diese riskante Wette mit den Preissenkungen am Ende einen Wertzuwachs gibt. Genau. Das muss man wirklich schauen. Es ist in der Tat eine riskante Wette. Aber dafür ist Elon Musk letztendlich auch bekannt, dass er bereit ist, Risiken einzugehen. Und es ist ihm sehr, sehr häufig gelungen, dass er dafür belohnt wurde, ins Risiko zu gehen. Und es kann natürlich durchaus sein, dass das auch in diesem Fall mit Tesla hier wieder gelingt. Ja, es soll auch der größte Wertzuwachs danach in der Geschichte sein. Also da sind wir gespannt. Vollmundige Worte von ihm. Haben wir auch schon öfters gehört, wie du gesagt hast. Er ist aber auch derjenige, der die meisten Aktien hält. Also er trägt auch das größte Risiko letzten Endes. Ganz genau. Also er ist bei weitem noch der größte Anteilseigner vor diesen großen institutionellen Anlegern, der Venga Group oder BlackRock und so weiter. Auch alle namhaften sind hier natürlich wieder mit im Boot. Aber er hält mit 13 Prozent natürlich weiterhin hier einen sehr, sehr großen Anteil und ist weiterhin hier auch der Verantwortliche, ja. Ja, und damit ist er auch einer der fünft reichsten Menschen der Welt und hat mit Tesla so einen Marktwert geschaffen, wenn man das mal mit anderen Elektroautobauern, also alternativen Fahrzeugen, wie es so schön heißt, vergleicht. Vielleicht ist das ein Riesenabstand und die Performance war in diesem Jahr ja auch schon toll. Deswegen ist die Frage, ist dann noch viel Speck an den Rippen oder Platz für Korrekturen oder eben nicht. Und das wirst du uns gleich mit dem Freestockstool versuchen zu erörtern. Genau, schauen wir uns die Aktie hier im Freestock-Slab-Trader einmal etwas näher an. Zunächst im Wochenchart, dann sieht man seit den Hochs bei 414 Dollar ist die Aktie übergegangen in einen Abwärtstrend, in einen mittelfristigen Abwärtstrend und da ist sie auch weiter in diesem Abwärtstrend und im Tagesschart sieht man das Ganze dann noch etwas genauer. Man ist mehrmals hier auch an den gleitenden Durchschnitten nach unten abgeprallt und nach der großen Erholungsrallye, die ziemlich genau zu Beginn des Jahres was dann gestartet ist, ist man jetzt in eine Seitwärtskonsolidierungsrange übergegangen und man hat sich ganz geschafft, den 200-Tage-Durchschnitt hier zu erreichen und diesen wichtigen Widerstandsbereich in den letzten Wochen bei ca. 215 Dollar ist jetzt wieder nach unten abgeprallt und jetzt sieht man schon das Gap, das jetzt aufgrund der nachbörstlichen Zahlen hier auch entstehen wird vermutlich und damit ist man auch wieder an einem signifikanten, markanten Punkt hier angekommen. Ich denke, dieser Bereich von ca. 165 bis 170 Dollar ist eine potenzielle Unterstützung. Man sieht es hier schon im März, Mitte März ist der Markt hier in diesem Bereich schon mal stark nochmal nach oben gelaufen. Es war auch ein Tief aus der Vergangenheit, aus dem Ende des letzten Jahres, von daher ein interessanter Bereich. Jetzt muss sich zeigen, ob hier wieder Kaufinteressen geweckt werden und der Kurs nach oben tendieren kann. Ansonsten darunter, da könnte auch die Dynamik auf der Unterseite sich nochmal beschleunigen. Da gibt es relativ wenig Unterstützungsbereiche. Hier ist auch noch ein größeres Gap offen aus dem Januar diesen Jahres. Von daher, ich denke, wenn man unter diese 165 bzw. 163 Dollar Marke fällt, da könnte wirklich die Dynamik auf der Unterseite hier einsetzen. Von daher ein interessanter Bereich. Wenn man hier einsteigen möchte, denke ich, kann man das auch sehr eng hier absichern mit einem Stopp. Ansonsten kann man vielleicht auch noch warten, bis man eine Umkehr sieht und vielleicht tendiert die Aktie natürlich hier auch noch etwas tiefer, bevor sie dann eine Trendwende einleitet, weil wir sind weiterhin im Abwärtstrend. Das muss man sagen. Die Aktie versucht sich zu stabilisieren und da muss man schauen, ob das ihr in diesem Bereich gelingt. Das werden wir auf alle Fälle dann auch zum nächsten Quartalszahlen vielleicht nochmal genauer ins Blickfeld rücken oder in anderen Formaten. Ich sage schon mal ganz lieben Dank für die vielen Inspirationen, Roland Jägen. und auf bald. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.